Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas. Und ich stehe immer noch an der gleichen Stelle wie gerade eben, also im letzten Part, weil ich nehme natürlich gleich wieder in Folge auf, ist ja ganz klar. So, und wir werden uns jetzt quasi rüsten müssen für den Kampf gegen Atlas, der bestimmt jetzt hier auftauchen wird. Es ist wohl so weit, Bobas. Die letzte Schlacht. Atlas ist im Anmarsch. Der Generalmajor ist ein unvorstellbar mächtiger Gegner. Deine Zickzack-Zuck-Kanone ist unsere einzige Chance auf einen Sieg und wir werden sie zu nutzen wissen. Na dann, Bobas. Bereit, diesen Krieg zu gewinnen? Jupp. Brillant. Wir zählen auf dich. Und auf dich auch mal, Rod. Wir werden deine Stärke auf dem Schlachtfeld brauchen. Bobas. Seine Majestät hat mir ausführlich erklärt, wie die Zickzack-Zuck-Kanone funktioniert. Lass mich dich in die Grundlagen unterweisen. Zuerst musst du deine Hand auf die Heldenkugel oben auf den Hauptturm legen, um zu sehen, was sie sieht. Dann musst du das Ziel nur anvisieren und den Energiestoß abfeuern. Aber Vorsicht! Die Kanone kann immer nur einen Schuss abgeben. Sobald die Kugel keine Energie mehr hat, muss sie sich eine Weile aufladen. Du musst also gut zielen. Das ist auch schon alles. Soll ich dir die Grundlagen noch einmal erklären, nur um sicher zu gehen? Nö. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt Atlas stellen. Wenn wir ihn besiegen, können wir den Frieden in Mondbach wiederherstellen. Wir können dem Schicksal eines ewigen Krieges entkommen. Bobas. Wenn wir bis zum bitteren Ende gemeinsam kämpfen, können wir es schaffen. Das weiß ich. Wir können gewinnen. Kümmerliche Menschen denken, sie können besiegen mächtigen Atlas. Atlas. Wir hauen Schloss kurz und klein. Wir hauen Türme kurz und klein. Wir zeigen, Lord Atlas, wie schwach ihr seien. Atlas. Kampfgestellter Koloss. Hört her, Menschen. Ihr könnt nicht gewinnen. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entrinnen. Kämpft, so viel ihr wollt. Es hat keinen Zweck. Ihr werdet vernichtet. Na dann, das wollen wir doch mal sehen. Hier, wie da hinten hockt. Atlas unterschätzt uns nicht. Aber wir werden es ihm noch früh genug zeigen. Schnell, Bobas, zur Zickzack-Zuck-Kanone mit dir. Zickzack-Zuck setzt Gegner unter Druck. Richte die Zickzack-Zuck-Kanone mit L aus und drücke dann A, um ihren feurigen Zorn zu entfesseln. Wenn du nicht länger durch die Schießscharten guckst, sondern an die Front zurückkehren möchtest, drücke B. Okay. Benutzen. Wir zielen direkt natürlich auf seine Auge und schießen. Nein, das kann nicht sein. Er ist unverletzt. Ich dachte nicht, dass die Menschen sich ernsthaft zur Wehr setzen würden. Aber es braucht mehr als ein magisches Spuckrohr, um den mächtigen Atlas zu verletzen. Los, meine Diener. Aber vernichtet die Menschen. Vernichtet ihr Schloss. Vernichtet alles. Seine Haut ist einfach zu dick. Das Geschoss zeigt keine Wirkung. Es muss einen anderen Weg geben. Wir können die Kanone auf jeden Fall erst abfeuern, wenn sie wieder aufgeladen ist. Bis dahin müssen wir die Monster in Schach halten. Alles klar. Ablass beschwört seinen Unter-Unter-Unter-Dingsbums. Ich will dich nicht platt machen. Matt, matt. Platt, platt. So, wenn ich jetzt B drücke, dann müsste ich... Wenn ich B drücke... Okay, jetzt ist die Frage. Soll ich jetzt da rüber oder... Ah, ich fliege nach vorne. Weil wenn Malrod hier... ...den Superstoß machen kann... ...wäre das natürlich super. Komm, alle auf ihm, alle auf ihm. Hier, der Dicke da. Gut. Der ist schon mal erledigt. Ablass beschwört seine Untergebenen. Oh. Na dann, komm durch her. Die kriegen schon richtig ihr Fett ab, bevor sie überhaupt hier ankommen. Das ist natürlich schon cool. Oh, hab ich das noch? Ja, ich hab noch welche. Kann ich auch noch werfen. Ey, Mann, hier könnte ich sowas von leveln. Die gehen hier vorne halt schon drauf. Die kommen nicht einmal so richtig weit. Es war schon nicht einmal schlecht, dass ich die... ...die Sachen da vorher schon... ...installiert habe, alles. Alles beschwört seine Untertanen. Ja, du herrschst über den Himmel. Super. Aber... Da kommt auch schon unser... ...Wäffelein. Die fallen runter und werden dann gleichzeitig noch... ...eingefroren. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hinter. Bobas! Wenn du Zickzack-Zockern ohne jetzt abfeuerst, wird sie keine Wirkung haben. Wir müssen auf den richtigen Moment warten und dann zuschlagen. Bitte kehre an die Front zurück. Wir brauchen dich. Ähm, ja, okay. Oh, verdammt. Ich wollte doch eigentlich nur Heilgrau herstellen. Warte mal. Hier. Ich kann euch... Ich kann euch pimpen. Ich kann die alle schön hochpushen jetzt erst mal. Drei Mal, ne? Oh, verdammt. Und? Jetzt hat der... Von Malrot Mit Malrot meine ich Schon wieder Der muss doch jetzt langsam mal fertig sein Gut, rauf auf ihn Gut, das ist gut Fertig Keine Chance hier Mensch, was haltet ihr für Lushis Atlas ist wahrscheinlich auch Der absolute Luschi. Schaut euch die Magie an. Die kommen gerade mal hier vorne vielleicht durch. Bis dahin. Ich schwöre wieder. Atlas ist wütend. Oh, Springer über Atlas-Hangriffe hinweg steht da. Okay. Bereit, ich bin bereit. Okay. Ich werde zu früh springen, bitte. Ja, auch wenn du schneller magst. Ich springe trotzdem hinweg. Sieh mal. Er hat sich veraus gehabt. Das ist unsere Chance. Alle Streitkräfte zum Angriff. Ja, und ich gehe zur Kanone, oder? Oh, nö. Dann renne ich halt mit vorher. Meine Güte. Komm mal, Rod. Jetzt wäre doch mal der Punkt. Ah, auf jeden Fall nimmt das Ganze. Wow, jetzt wollte ich das Banner ausrüsten. Wir haben ihn ins Wanken gebracht, Bauberst. Schnell, du musst die Zick-Zack-Zucker-Kanone erneut gegen ihn einsetzen. Lauf zurück zum Turm und versuche ihn zu treffen, wo ihn seine stählerne Haut nicht beschützt. Ah, gut. Wir nutzen natürlich ins Auge. Yes. Genau ins Auge. Toller Schuss, Bauberst. Das hat er wohl gar nicht so gemocht. Wir müssen nur die Monster abwehren, auf eine Gelegenheit warten und noch eine oder zwei Treffer in seinem Auge landen. Dann ist der Sieg unser. Also, ich muss wieder nach vorne. Oh, jetzt kommen die Blühtrachen. Ups. Wow, der war schnell weg. Was katakryptiert mich da noch? Was denn mit Drachen? Anscheinend. Ah, er stampft auch gleichzeitig. Okay. Auf den anderen. Ja, für den wird vielleicht heißen, jetzt halt unbedingt was sein. Ich sehe gar nicht, wann der andere auf die Uhrzeit. Ich sehe das nicht mehr. Wo bin ich überhaupt? Oh man, ey. Die hauen das Ding an den Boden kaputt, sag mal. Wahnsinn. Alle Soldaten fliegen. Oh. Jetzt der wird doch wohl jetzt fallen. Okay, der ist schon mal gefallen. Also, die Eisenblöcke halten die jetzt nicht wirklich auf. Aber gut. Die Jungs und Mädels, die werden das dann schon wieder richten. Und die sind ja wesentlich schneller im Bauen wie ich. Ups. Ach, das sind die Stampfattacken von dem. Ich sehe halt nichts. Atlas bündelt seine Kräfte. Das heißt, ich werde mal... Ups, ups. Boah. Boah. Ich sehe halt nichts. Au. 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 Atlas ist erschöpft. Attacke. Ey, halt alles weg, ne? Mensch, Marod, du wirst doch wohl auch mal bald hier deinen Superteam-Todesstoß machen können, oder? Ah, jetzt wollte ich gerade. Boah, was, wir haben Atlas wieder in die Knie gezwungen. Jetzt können wir zuschlagen. Lauf zur Zimper. Benutzen. Aufs Auge. Ja, wir haben ihn. Oh, und er hat was fallen lassen. Ich hab's hüpfen sehen. Es schaut ein bisschen aus wie von... Superzell da. Oh Mann, ist das eine Verwüstung hier. Bobos hält folgendes. Ein rostiges Relikt. Gewonnen. Aber was für eine Zerstörung, ne? Ich meine, da hinten ist jetzt eigentlich nix kaputt, aber alles da vorne. Hurra, wir haben es geschafft. Wir haben Atlas besiegt. Und dieser Gegenstand, den er fallen gelassen hat, könnte das etwa... Ha, 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 Bobos. Mein wunderbarer Junge. Oh, Bobos, Bobos. Unser großartiger Erbauer. Du hast unseren Feind besiegt und unser Grönigreich gerettet. Das haben wir alle gemacht, oder? Ha, ha, ha. Ha, himmel doch mal. Ich wusste, dass du es schaffst. Um deine großen Tatern auf dem Schlachtfeld zu ehren, ziehe ich es vielleicht in Betracht, dich als Knappen anzuhören. Gepriesen seien die Götter. Der scheußliche Tyrann, der diese liebliche Insel in eisernen Griff hielt, ist nicht mehr. Die Tage des endlosen Blutvergießens sind vorbei. Ha, ha, ha. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben die Kinder Hagons besiegt. Ich bitte diesen Gefühlsausbruck zu entschuldigen. Solches Verhalten ziemt sich nicht für den Anführer des Militärs von Mondbach. Bevor wir die Siegesfeier wirklich beginnen lassen, sollten wir vielleicht den Schaden am Schloss beheben. Überlass das ruhig uns, Bobas. Wir sind im Hand und Reben damit fertig. Das hoffe ich doch. Kling, 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 kling. Und alles gebaut. Er strahlt im alten Glanz. Das ist doch hervorragend. Bobas, ich muss mit dir reden. Du hast ein rostiges Relikt von Atlas geborgen, nicht wahr? Ich glaube, dass du das Siegel von Mondbach sein könnte. Der legendäre Schatz, der den Frieden in meinem Reich wiederherstellen wird. Du musst es nur reparieren. Geh, mein Kind, bringe das rostige Relikt zu deiner Werkbank und fertige daraus das mächtige Siegel von Mondbach. Gut, machen wir. Siegel von Mondbach. Das extravagante Emblem der königlichen Familie von Mondbach. Die Göttin segne ich. Wir wollen natürlich auch erstmal gucken, was denn da steht. Ein verwittertes Wappen von einem achtungsgebietenden Atlas abgegeben. Okay. Baum. Und wir haben zum Glück alles, was wir brauchen. It's magic. Natürlich gleich nochmal gucken. Das extravagante Emblem der königlichen Familie von Mondbach. Okay. König, wo bist du? Bobas, das Siegel von Mondbach ist so gut wie neu. Ich stehe tief in deiner Schuld. Die tanzen da hinten schon. Wie ich dir und dir allein bereits anvertraute, ist diese Welt nur eine Illusion. Sie kann jeden Moment verschwinden. Doch wenn ich dein lächelndes Gesicht blicke, junger Mann, erfüllt mich das mit Hoffnung. Womöglich bist du gar kein Abendgesandter der Vernichtung, sondern der Schöpfung, der uns alle vor unserem schrecklichen Schicksal retten soll und diese Welt vor ihrer Zerstörung bewahrt. Komm, Bobas, nimm das Siegel von Mondbach und befestige es am Leuchtfeuer Eltrex. Lass die Menschen wissen, dass wieder Friede eingekehrt ist. Platziere das Siegel auf Eltrex-Dingsbombs. Okay, warte mal, dann muss ich aber erst mal das hier wegtun. Benutzen. We did it. Und das ganze Land sieht natürlich die Flammen. Das Freudenfeuer des Friedens, der in Mondbach wieder eingekehrt ist. Königlichen Gebote, Mission erledigt. Atlas besiegt, abgeschlossen. Hervorragend. Heißt es, dass wir dann schon wieder nach Hause können? Oh Mann. Mondbach war jetzt aber eigentlich relativ schnell rum, also rein gefühlsmäßig jetzt. Ich, ich kann es kaum glauben. So fühlt es sich also an, wenn kein Krieg mehr in der Welt tobt? Eine friedliche Welt? Ich kann dir gar nicht genug danken, Bobas. Ohne dich wäre dieser Tag niemals gekommen. Der Bauer gewann unsere Herzen für sich und machte den mit Atlas Schluss. Da er nicht von unserer Seite wich, bekommt er sie dafür einen Kuss. Ehrlich, Grachim, musst du denn wirklich alles besingen? Die Menschen von Mondbach genießen eine Weile lang den Frieden, den Bobas ihnen gebracht hat und die ungewohnte Wärme, die sich in ihren Herzen ausbreitet. Sie beschließen, diese glückliche Fügung des Schicksals zu feiern und das größte Festmahl in der Geschichte des Reiches abzuhalten. Das ist fast nicht zum Essen da, würde ich mal sagen. Die Vorbereitungen für unser Siegesfestmahl sind abgeschlossen. Jetzt wollen wir die Feierlichkeiten beginnen. Mit einem Feuerwerk. Sieh dies als bescheidenes Geschenk für deines Königs an. Abgesehen von den Feuerwerkkanonen, das gebe ich zu. Die stammen alle aus deiner fachkundigen Herstellung, Bobas. Oh, und bevor ich es vergesse. Ich habe Myrod auf der äußersten Mauer gesehen. Er sah ein wenig einsam aus. Er braucht einen Freund, der mit ihm redet, Bobas. Und du bist sein bester Freund. So, ist er. Er ist. Da vorne. Ah, da vorne ist er. Dann wollen wir doch mal hin zu ihm. Warum habe ich das zu ihm gesagt? Das ist nur in mich gefahren. Hier ist was nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt doch nicht mit mir. Oh, Bobas, du bist es. Wie lange stehst du schon da? Deine Zickzack-Zuck-Kanone ist ganz schön beeindruckend. Jetzt brauchst du mich wohl nicht mehr, um den ganzen Monstern eins über die Rübe zu geben. Du brauchst Dinge und ich erledige Monster. Aber jetzt brauchst du mich nicht mehr. Und ich brauche dich auch nicht. Sobald wir zurück auf der Insel sind, trennen sich unsere Wege. Jeremias hat nach dir gesucht. Du solltest zu ihm gehen und herausfinden, was er von dir will. Myrod. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass wir miteinander fertig sind. Ich bleibe noch bei dir, bis wir wieder auf der Insel sind. Aber das war's. Der ist jetzt echt zutiefst gekränkt. Und dabei konnte ich noch nicht einmal was dafür. Mensch. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Schaffe ich es? Ich schaffe es nicht. Warum schaust du so bedrückt? Heute Abend feiern wir unseren Sieg, aber deinem Gesicht nach zu urteilen, betraust du einen bitteren Verlust. Die Feierlichkeiten des heutigen Abends werden deine trüben Gedanken sicherlich vertreiben. Es wird Zeit, deine wundervollen Feuerwerkskanonen in Aktion zu sehen. Was? Was soll das heißen? Du erinnerst dich nicht daran, wann oder warum du sie gebaut hast. Komm schon, mein Junge. Du hast sie auf meine Bitte hinhergestellt, damit wir unseren gewissen Sieg über die Monster feiern können. Hier, nimm diese wundervollen Feuerwerkskörper. Lade sie in die Feuerwerkskanonen und lass dann das Spektakel beginnen. Ui. Okay. Ich glaube, dass Anis ja etwas mit ihr besprechen wollte. Geh doch bitte zu ihr und höre sie an, wenn du dich am Feuerwerk satt gesehen hast. Heurika, brauchst du noch eine neue Anleitung? Feuerwerkskörper, Verbrauchsgut, extravagante Explosionskörper, die angezündet und abgeschossen werden können, um den Nachthimmel zu erhellen. Mit Feuerwerkskanonen verwenden kann gefärbt werden. Cool. Cool, dann lass uns doch mal... Kommen wir erstmal mit Agnesse. Ah, da. Ah, Kackkickerboden. Wir wollen mit Karschissen. Oh, okay, cool. Okay. Das ist ja mal ein bisschen hier aus der Entfernung getrachten. Oh. Ah. Hmm. Okay, das reicht. Ah, Bobas. Genießt du das Feuerwerk? Dr. Jeremias meinte, dass er das Beste bis zum Schluss aufhebt. Also können wir uns noch auf so einiges freuen. Was meinst du, Bobas? Willst du dich zurücklehnen und das große Finale genießen? Äh, ja. Und? Exzellent. Ich werde Dr. Jeremias informieren, damit er mit der Hauptattraktion beginnen kann. Und? Malrod steht immer noch ganz da vorn. Bobas, auch wenn wir genug Grund zum Feiern haben, kann ich nicht aufhören, über dich und Malrod nachzudenken. Ich bin sicher, dass er diese verletzenden Worte nicht ernst gemeint hat. Wir alle sagen in der Hitze des Gefechts Dinge, die wir nicht so meinen. Ich bin sicher, dass sich alles wieder einringt. Aber Malrod ist ein Dickkopf. Du musst den ersten Schritt machen und lass dir nicht zu viel Zeit. Ah, die Show scheint gleich loszugehen. Lass uns jetzt unsere Sorgen vergessen und das Feuerwerk genießen. Ja, oh. Oh, wie wunderschön. Gepriesen sei die Göttin, endlich ist Fahrerfrieden eingekehrt. Und jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Und die Kamera. In dieser Nacht erleuchten die Menschen von Mondbach den Himmel und feiern ihren hart erkämpften Frieden. Während sie das bunte Spektakel am Nachthimmel bewundern, drehen sich ihre Gedanken um die vielversprechende Zukunft, die vor ihnen liegt. Nur für zwei Gestalten, Malrod und Bobas, hat sich der Horizont unerwartet verdunkelt. Dann bricht der nächste Morgen an. Ja, war das Fest letzte Nacht nicht außergewöhnlich? Mein Herz pocht noch immer vor Freude. Bei der ganzen Aufregung habe ich fast vergessen, dass ich dich etwas fragen wollte, Bobas. Was meinte Hector, als er sagte, dass unsere Welt eine Illusion sei? Du hast damals in Renderag mit ihm darüber gesprochen. Seitdem beschäftigt mich dieser Gedanke. Bitte entschuldige. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für solche Gespräche. Lass uns noch ein Beilchen länger in unserem Siegestaumel schwelgen. Warum? Bevor du kamst, hatte ich fast alles verloren. Aber als ich mir letzte Nacht an deiner Seite das Feuerwerk ansah, war ich durch und durch glücklich. Dank deiner harten Arbeit konnten wir Mondbach wieder Frieden schenken. Danke, Bobas. Ups. Die wollte ich nicht ausrüsten. Ah, Bobas, es gibt noch etwas, das ich mit dir besprechen muss. Du kamst auf der Suche nach neuen Gefährten, die dir auf deine Insel folgen in dieses Land, nicht wahr? Freunde, die dir helfen, die Kinder Hagons zurückzutreiben. Nun, es gibt nicht einen unter uns, den du nicht mit deinen Erbauerkünsten inspiriert hast. Ich bin sicher, dass dir viele von uns im Gegenzug helfen würden. Und wenn dir die mutigen Mondbachsoldaten den Rücken frei halten, steht dir kein Feind mehr im Weg. Jetzt, da wieder Frieden eingekehrt ist, benötigst du das Schloss, die vielen Knisterfallen und Ballisten nicht mehr, die du netterweise zu unserem Schutz hergestellt hattest. Nimm sie doch bitte mit. Mögen sie dir auf deiner Insel so gute Dienste leisten wie hier. Die Menschen von Mondbach warten darauf, ihren Helden zu sehen, Bobas. Geh zu ihnen und nimm ihren Beifall an. Du hast ihn dir redlich verdient. Okay, das heißt, wir sollen das ganze Zeug abbauen, oder was? Ich meine, ich nehme das Zeug schon mit. So ist es nicht, ne? Habt ihr auch wirklich alles wieder aufgebaut, so wie es gehört? Scheinend, ne? Außer das da. Da fehlt eine Ecke. Warte mal, die setze ich jetzt halt hin. Äh, die haben wir doch schon. Die tun wir gleich mal weg. So, dann können wir hier einmal sortieren, und dann würde ich sagen, nehme ich mir mal ganz kurz die Dinger hier raus. Und die Dinger hier raus. So. War das nur eins? Ich glaube schon, ne? Ja, da kommen noch zwei Würfel rein. Zack, drack. Gut. Dann wäre das wirklich wieder repariert. Bobas, wir sind dir alle zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet, dass du unsere Heimat wieder Frieden gebracht hast. Als Herrscher über dieses wundervolle Reich bereue ich zutiefst, dass ich deine Arbeit nicht angemessen belohnen kann. Doch ich kann dir getreue Anhänger bieten, die dir helfen werden. Wie bitte? Du möchtest, dass ich dich auf deine Reise begleite? Ich, der vom Himmel ernannte Beschützer dieser Insel? Du hast ja nie viel aus dem Zeremoniell gemacht, nicht wahr, mein Lieber? Aber leider kann ich dir diesen Wunsch nicht erfüllen. Dieses Königreich ist noch weiterhin meine Verantwortung, und ich werde es nicht so einfach im Stich lassen. Bobas, weißt du noch, was ich dir gesagt habe über diese Welt und ihr Wesen? Das Ende mag nahe sein, und wenn dies mein Schicksal ist, so soll es geschehen. Ich werde bis zum Schluss über mein Volk wachen. Aber ich werde euch weiterhin ein Auge auf dich haben, Bobas. Ich bin schon gespannt, was für aufregende und unglaubliche Erfindungen du für die Menschen dieser Welt konstruierst. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass der mitgeht. Himmel noch mal, Bobas! Das war wirklich gute Arbeit, wie du Kinderhargons gestürzt hast. Und nicht nur das, du hast uns vor dem Schicksal eines endlosen Kriegs bewahrt. Als wir uns das erste Mal begegneten, war ich ein alter Narr, der nichts als Krieg kannte, und hatte Angst, du würdest mir das einzig nehmen, von dem ich wirklich etwas verstand. Aber ich hätte mich darauf freuen sollen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so schön sein könnte, jeden Morgen in einer friedlichen Welt aufzuwachen. Da sieht man es wieder, es gibt immer etwas zu lernen, ganz gleich, wie alt man ist. In diesem Fall ist das Ei klüger als die Henne, und ich habe nicht die Absicht, es dabei bewenden zu lassen. Und damit komme ich zum Punkt. Ich will mit dir gehen. Es ist noch nicht zu spät für mich, die Welt zu erkunden. Nun, was sagst du, mein Freund? Jo, du kannst gern mit. Ich wusste doch, dass du zustimmen würdest. Schließlich bin ich der erfahrenste Soldat, den du jemals treffen wirst. Setzen wir die Segeln Richtung deiner Heimat. Ich muss noch viel über die Kunst des Bauens lernen, aber ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Okay. Sarah, kommst du mit? Hallo, Bobas. Gestatte mir dir erneut meinen Dank für deine Hilfe beim Sieg über die Streitkräfte Hargons auszusprechen. Du hast wirklich eine gute Figur abgegeben, als du da oben vom Turm aus Atlas mit der Zickzack-Zuckernohne ins Auge geschossen hast. Übrigens, Bobas, mir ist so angekommen, dass du bald auf deine eigene Insel zurückkehren wirst. Ähm, ich würde nur allzu gerne mit dir gehen. Dann könnte ich deine gute Figur so oft sehen, wie ich möchte. Aha. Bedauerlicherweise gehöre ich den königlichen Leibwache seiner Majestät an. Ich kann unmöglich meinen Posten verlassen und den König ungeschützt zurücklassen. Du solltest dorthin gehen, wo man dich deiner Meinung nach braucht, liebe Sarah. Wenn es dein Wunsch ist, den jungen Bobas zu seiner Insel zu begleiten, lasse ich dich mit Freuden ziehen. Weißt du, du bist nicht nur meine Leibwache. Und außerdem, wozu ist eine bewaffnete Eskorte gut, wenn in meinem Land Frieden herrscht? Wirklich, Eure Majestät, ich... Oh, ich danke euch. Ich danke euch vielmals. Wenn das so ist, würde ich nur allzu gerne mit dir gehen, Bobas, und dir helfen, wo ich kann. Würdest du mich mitnehmen? Na, Logo. Hurra, du wirst diese Entscheidung nicht bereuen, Bobas. Gemeinsam werden wir den miesen Kindern Hagons zeigen, mit wem sie sich angelegt haben. Jep. Wir sind ja hier auf dem Eiland eh noch lange nicht fertig, ne? Das ist klar. So, wer hat sich jetzt da unten verschanzt? Ah, Jeremiahs. Ah, Bobas, wie hat dir das Feuerwerk gefallen? Wir Menschen sind mit den Fehlern behaftet Geschöpfe und wir haben die Angewohnheit, viele Konflikte und Leiden heraufzubeschwören. Aber manchmal erschaffen wir auch schöne Dinge. Was hältst du von dem Satz? Ich wollte damit weise und philosophisch wirken. Habe ich mein Ziel erreicht? Wie dem auch sei, ich höre, dass du vielleicht bald fortgehst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Esther sich dir gern anschließen möchte. Bitte, Bobas, kümmere dich gut um meine geliebte Enkeling. Ach, aber was rede ich da? Ich lebe doch nur für das Mädchen. Ich kann sie nicht ohne mich ziehen lassen. Genau wie ich dich nicht alleine gehen lassen würde. Wenn Esther geht, gehe ich auch. Was sagst du dazu, Bobas? Wirst du mich mit auf deine Insel nehmen? Ja, klar, komm mit. Oh, vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Wunder du auf deine Insel erbaut hast. So, dann haben wir das. So, es fehlen noch zwei, so wie es ausschaut. Boah, bitte nicht. Bobas, so edel und mutig, er rettet uns aus tiefster Not. Heldenhaft und ganz unblutig bewahrt er Mondbach vor dem Tod. Jetzt, da wir endlich Frieden haben, werde ich hier in Mondbach bis an mein Lebensende Loblieder auf dich singen. Ja, ich mache natürlich Witze. Ich möchte alle auf deiner Heimatinsel mit meiner wunderschönen Stimme und meinen Ohrwürmern erfreuen. Herr Bauer, nimm mich mit. Frohe Lieder singe ich dir. Dein Volk verdient meinen Auftritt. Und trellern wird es mit mir. Nein. Nun sei nicht so gemeint, sonst ziehe ich einen Flunsch. Ich hänge mich richtig rein. Bitte erfülle meinen Wunsch. Herr Bauer, nimm mich mit. Frohe Lieder singe ich dir. Nein. Och Mann. Ich will, dass du da bleibst. Ich wusste, du würdest zustimmen, nachdem ich dich so genervt hab. Es wäre geradezu ein Verbrechen, deine Leute der Chance zu berauben, mich so ekelhaft singen zu hören, wie ich's tue. Vielleicht gründe ich einen Chor mit all den bewunderten Fans, die sich mit Sicherheit für mich sammeln werden, sobald ich den Mund öffne. Äh, äh, nein. Esther, du kommst mit. Bauberst, mein Schäfchen. Du hast Mondbach vor seinem unseligen Schicksal bewahrt und wieder Frieden ins Land gebracht. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Du hast zu viel getan, um Mondbach wieder aufzubauen, doch es gibt doch immer viel zu tun. Wirst du hierbleiben und uns als Erbauer Hilfe leisten? Äh, wie bitte? Du sagst, du willst bald auf deine Heimatinsel zurückkehren? Oh, mein Schäfchen, ich, ich, seit ich das erste Mal sah, wie du mit Maldroth eingeschlagen hast, entwickelte ich einen gewissen Ehrgeiz. Ich nährte mich, ich nährte die Hoffnung, eines Tages selbst so etwas mit dir zu erleben. Bitte, Bauberst, bitte. Wirst du mich mitnehmen? Ich will bei dir bleiben. Äh, jo, komm mit. Oh, gepriesen sei die Göttin, ich danke dir. Bauberst, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Ich schwöre, ich werde keine Belastung für Malrod oder andere deine Inselbewohner sein. Behandle mich einfach wie jedes andere Teammitglied. Okay. Das heißt, laufen die mir jetzt schon alle hinterher? Ach, verdammt nochmal. Ich wollte doch noch die Rätsel machen. Und vor allem auch die Insel noch komplett freischalten. Ah, Bauberst, ich gehe davon aus, dass du mit allen gesprochen hast. Sehr schön. Seit meiner Kindheit fasziniert mich die Kunst des Bauens. Ich träume davon, selbst einmaler Bauerin zu werden. Und jetzt, da ich auf den Geschmack gekommen bin, mit meinen eigenen Händen zu bauen, gibt es kein Halten mehr. Das Bauvirus hat mich gründlich infiziert. Nehme mich mit, Bauberst. Lass uns weiterhin zusammenarbeiten. Nicht um einen Krieg zu gewinnen, sondern um eine neue Welt aufzubauen. Jo, du kommst mit. Gut, ich wusste, du würdest ja sagen. Du bist mehr als nur Inspiration für mich, Bauberst. Du bist mein Freund. Und jetzt lass uns zu deiner Insel zurückkehren und gegen die Kinder Hagons kämpfen. Oh, und vergiss nicht, all die von dir gebauten Fallen einzusammeln, bevor wir aufbrechen. Lass uns alles mitnehmen. Die Blitzfallen, die Knisterfallen, die Sausomaten, die Knirschkonstruktionen, die Ballisten, die Stachelfallen. Einfach alles. Wenn du deine Angelegenheiten hier im Mond erledigt hast, machen wir uns alle zusammen auf den Weg zum Dock. Wir werden alle unsere Kraft darauf verwenden, aus deiner Insel ein Leuchtfeuer der Hoffnung für diese Welt zu machen. Okay. Laufen die mir jetzt alle hier? Die laufen jetzt alle hinterher? Uff. Okay, mal kurz auf die Karte gucken. Das ist tatsächlich das Ding hier, der nächste Punkt. So, wir haben hier auf jeden Fall noch einiges an Rätseln. Ich habe hier auch noch einiges an Inseln aufzudecken. Von daher denke ich, werde ich beim nächsten Mal. Wir werden zurückfahren. Auf jeden Fall. Wir werden unsere, keine Ahnung, wenn wir Mini-Medaillen bekommen, werden wir die einsacken. Und dann werden wir aber auch wieder hier zurückkommen nach Mondbach. Dann werde ich nämlich die Karte aufdecken. Und ich werde die Rätsel zusammen mit euch machen. So, das ist so mein Ziel für den nächsten Part. Okay, insofern würde ich sagen, ja, für heute ist mal Schluss. Und, Moment, ich möchte mich noch schön positionieren. So, hervorragend. So, ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen, für ein Like, für Kommentare, wie auch immer. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.